Es ist Nacht, ich bin wach und schreib Tracks, meine Freundin sagt, Schatz, komm ins Bett, ja, ja, keine Zeit, Baby, ich mach gerade Cash, 30 Riesen in der Wand, da versteckt, ja, ja, stopf Geld in die Kissen, ja, 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 folgt mir alle. Oh ja, Domian, den muss ich auch mal wieder anrufen, Digga, früher war ich Stammkunde bei dem, auf 6,5 Promille der Agerufe und gesagt, mir geht's komplett scheiße. Ja, ja, es geht sich um folgendes, also im wahren Leben bin ich Uwe, 35, grüß dich Uwe, ich bin auch dabei. Und in der Nacht bin ich Batman. Wie geil der lacht, das ist geil, aber der Uwe, das ist halt voll der Disperspekt, Digga, weil der Uwe denkt wirklich immer nachts Batman, weißt du, und er sagt so, am Tag bin ich Uwe, ja, und in der Nacht? Ja, in der Nacht bin ich Batman. In der Nacht bin ich Batman. Jetzt aber ein lustiges Intro, Digga, ach, Dark Knight wegen Batman, okay, oh no, Digga, ich ahne schon, wie das schlimm ist, Reportagen, Digga, Liebe geht raus an dich, Parude. Aber bei Reportagen weißt du auch, das ist auch so ein Anime-Filme-Nerd, Digga, und wenn der jetzt Dark Knight ankommt, was weiß ich über Dark Knight, Digga, Dark Knight, Batman, Joker, Grinsen, Rolle seines Lebens. Ich hoffe, da kommen jetzt wieder irgendwelche Filmlines, Alter, ansonsten, ne, nehme ich hier den nächsten Ausstieg links, Alter. Innenfahrtrichtung. Spaß, Gegenfahrtrichtung. Ja, ja, Rapper, Rapper, äh, ja, ja. Ah, ich bin immer schwarz gekleidet, alle wechseln die Straßenseite. Ich bin immer schwarz gekleidet, alle wechseln die Straßenseite. Ähm. Okay, ich setz euch ne Deadline, auf drei müsst ihr weg sein, eins, zwei, Pech gehabt, ich bin halt ein Dreckschwein. Warum rapp ich das, ne? Äh, nein, ich wollte irgendwann die Straßenseite, ähm. Ich bring phasenweise Texte, so effektiv, dass Wack-MC's die Straßenseite wechseln. Äh, kam schon da drauf, sorry, weiter geht's. Ich bin immer schwarz gekleidet, alle wechseln die Straßenseite. In jeder Stadt werd ich hart beneide, zu Bitch, ich bin Batman, Bitch, hier kommt Batman. Okay, interessanter Flow. Reportagen hat auch immer so, der kommt immer mit unerwarteten Flowchanges um die Ecke, find ich ganz nice. Also werd mal nicht frech, Digga, Anzug aus Kevlar, Schuss und auf Stichsicher. Ja, gerichtige Gang. Schuss und auf Stichsicher. Also werd mal nicht frech, Digga, Anzug aus Kevlar, Schuss und auf Stichsicher. Ja, gerichtige Gang, so du Peptiker. Batman, back in die 60er. In der Nacht bin. Es ist eine Hommage an Kolle, back in die 60er, so war die Kolle. Ähm. Ich feiere das ja, das Reportagen, Reportagen weißt du auch nie und das ist ja, ich will es nicht mit mir oder so vergleichen, aber Reportagen ist ja auch einer, der hat schon immer so seine, seine Sinti-Sounds und so. Also der hat schon, man hört schon, der steht auf diese Sounds, ne. Aber trotzdem so, du weißt jetzt nie bei ihm so, kommt was Trauriges, kommt was Aggressives, kommt was zum Feiern, kommt was Dummes. Es ist auch immer so ein bisschen so eine Überraschungspackung und das feiere ich. Ähm, aber das ist mir halt zu auf, also Reportagen, ähm, wünsche ich mir eigentlich, stehe ich schon auf die härteren Dinge, muss ich sagen. Das ist zwar auch nice und so, aber das ist halt prinzipiell so, äh, überhaupt nicht mein Musik-Touch so. Oh, nice. Ist einer kriminell, dann wird er weggeklatscht, wie er da hochgeht, weggeklatscht, ist nice. Doch ist einer kriminell, dann wird er weggeklatscht, starte das Batmobil, um wahre... Äh, mein Auto sieht aus wie das Batmobil. Ähm, nein, wie geht das, wie geht der Kollepart? Du hältst mein Auto an und hältst es für das Batmobil. Ähm, nein, 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 es geht Kolle rappt in zwei Parts über das Batmobil. Einmal in eine RBA-Runde gegen, weiß ich nicht, Vito Vitality oder so. Und dann einmal auf dem Track, bling, 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 mein Auto... Der Chef im Spiel so wie Batmobil, äh, der Chef im Spiel so wie Shaq O'Neal. Mein Auto sieht aus wie das Batmobil. Ich war broke vor ein paar Jahren, tickte Dope oder Gras. Heute hab ich nicht mehr nötig, mit Crack zu dealen, denn... Heute bin ich Großverdiener. Vorbei sind die Zeiten als Coca-Dealer. Ich bin jetzt dazu verinnern, der Mann und habe mehr Damen als Pokerspieler. Ich fahr Druglord in meiner Town, hab 100 weiße Kokain-Uteile verkauft. Bin jeder wurde drüber nach Maastricht gefahren. Das war mein zweites Zuhause. Jetzt bin ich in Maybach, kid. Mit deiner Bitch auf dem Beifahrersitz an der Meine. Der Leute kommen in den Club, mate, motherfuckin' Eier. Whitey und voller Eis ausschleppt sich. Ich komme in die Kanaka in den Club. Alle Girls von den Dirk sind in der motherfuckin' Eier. Sorry für die ganzen Unterbrechungen, aber ich... Er darf sowas nicht ansprechen. Sobald ich da irgendwie ne Verbindung zu ner Kollegazeile finde, dann setz ich kurz mal aus hier, wie beim Uno-Spielen. Durch die Hood, bin gerade so im Sof. Tanz mit Joker im Club. In der Nacht. Tanz mit Joker im Club. Okay, Tanz mit Joker im Dirk. Bin ich wach und schleiche mich aufs Dach. Ist einer kriminell. Dann wird er weggeklatscht. Starte das Batmobil und fahre durch die Hood. Bin gerade so im Sof. Tanz mit Joker im Club. Mein Herr schlä... Mach die Katze da weg. Bin gerade so im Sof. Tanz mit Joker im Club. Mein Herr schlä... ...für Catwoman. Ficke Joker. Oh, das war der Clown von McDonalds. Catwoman. McDonalds. Unsauberer Reim feier ich aber. Mein Herr schlä... ...für Catwoman. Ficke Joker. Oh, das war der Clown von McDonalds. Er fickt Joker. Oh, das war der Clown von McDonalds. Ist das ne lustige Zeile? So... Ja. Was kann immer passieren, Digga. Mh-Mh-Mh-Mh-Mh. Unter Hauptarm vibrieren, Digga. Nice ist Adlib. McDonalds. So was kann immer passieren, Digga. Mh-Mh-Mh-Mh. Unter Hauptarm vibrieren, Digga. wieder was total anderes ich glaube ich glaube ich glaube zwei prozent von reportagen tracks haben eine geradlinige strukturen und wir lachen wie bei dachner kann man das ist was leiden aber auf der graben scheine und das land ist ohne jagd scheint und benutzen fast leiden sagt einer wollen wir kommen um mich testen brauche ich keine arke voll die seven alle menschen werde ich kommen um mich testen wollen wir kommen um mich testen brauche ich keine arke voll die seven alle menschen werde ich beschützen denn ich bin batman und fleppe durch die lüfte und wir lachen ich versuche einfach was zu prädikten fußballplätze drauf oder kuh-kaff-käffchen ich habe keine superkräfte jungen ich bin so blöd das ist ja wohl nah liegend als deine mutter mein bett ist ja ich versuche den reib zu prädikten alles geht um batman ist ja klar dass da superkräfte kommen ich habe keine superkräfte aber bin ein milliardär mit einer technologie wie vom anderen stern ja ja er hat auch viele stellen wo man einfach merkt dass er dieses ding so beherrscht und anhand seiner ad libs und so diese styles hier da rein bringen ist das schon fett aber bin ein milliardär mit einer technologie wie vom anderen stern ja ja bittchen kommt batman du bist nicht batman bittchen ich bin batman du bist nicht batman du hast höchstens ein man im batman deine mama wäre gern batman ist sie aber ich in der nacht bin ich wach und schleiche mich aufs dach ist einer krimine dann wird er weggeklatscht starte das batmobil und fahre durch die hut bin gerade so im surf tanze mit joker im knut in der nacht dieses tanze mit joker ja natürlich geht es so sinnvoll aber das ist halt komplett da fehlt mir jetzt gerade das fremdwort um hier ein bisschen mit know-how glänzen zu können es gibt da ja auch ein fremdwort für eine 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 definition für auf welches teil des wortes werden manche wörter betont und joker wird einfach auf das show betont und nicht auf joker und deswegen finde ich klingt es ein bisschen unästhetisch tanz mit joker im club was ist der erste buchstabe im alphabet nice nice wisst ihr was mich mal stört und ich meine reportagen da habe ich ja schon so oft ich wollte gerade sagen honig ums maul schmiert aber honig ums maul schmieren klingt so als würde ich ihm einfach was sagen was ich nicht so meine er kriegt ja hat ja schon sauber props von mir gekriegt er kriegt auch dafür props weil ich einfach das was er hat er ist einfach sehr stark dicke aber manchmal oder jetzt bei dem song habe ich so ein problem so gut der song auf seine art weise ist es ist mir ein bisschen minimal zu es ist so so auf comedy manchmal so performt halt es ist wirkt auch manchmal so ein bisschen so so hingekackt so schnell mal ein track halt hingeschissen so ne und ich glaube halt bei reportagen und das ist das was ich bei herr kuchen auch immer das habe ich auch immer privat gesagt so dass ich bei herr kuchen auch immer so das gefühl habe sein ganzes sein ganzes können seine ganze attitude sein ganzes skill hat er noch auf es gibt kein track so wo er den mal so richtig gezeigt hat so das was er richtig kann so ne bei reportagen ich glaube wenn der wirklich sich hinsetzen würde und mal so richtig sagt jetzt muss er ja nicht ist ja schön dass er so das ist ja tight aber ich glaube er könnte noch bessere mucke machen ich glaube er könnte noch besser sein als er eh schon ist doch so geht es ja komplettких also los die ja 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 ja